Verschwommen Och, wie schade! Heute ist der dritte Advent und in der ganzen Stadt sieht man Weihnachtsdekoration und ganz viele Lichter. Der perfekte Moment, um meine neue Kamera mal draußen im Dunkeln auszuprobieren. Ich war total happy, dass ich so viele schöne Motive gefunden habe. Aber als ich gerade nach Hause gekommen bin und meiner Frau die Fotos zeigen wollte, war alles total verschwommen. Ich denke, es hat etwas mit dem Autofokus zu tun. Er war wohl nicht richtig eingestellt und ich hätte manuell fokussieren müssen. Naja, halb so schlimm. Dann habe ich einen Grund, morgen nochmal durch die hell erleuchtete Stadt zu schlendern. Und vielleicht kommt meine Frau dann ja sogar mit. Zu zweit macht es noch mehr Spaß. Verschwommen Och, wie schade! Heute ist der dritte Advent und in der ganzen Stadt sieht man Weihnachtsdekoration und ganz viele Lichter. Der perfekte Moment, um meine neue Kamera mal draußen im Dunkeln auszuprobieren. Ich war total happy, dass ich so viele schöne Motive gefunden habe. Aber als ich gerade nach Hause gekommen bin und meiner Frau die Fotos zeigen wollte, war alles total verschwommen. Ich denke, es hat etwas mit dem Autofokus zu tun. Er war wohl nicht richtig eingestellt und ich hätte manuell fokussieren müssen. Naja, halb so schlimm. Dann habe ich einen Grund, morgen nochmal durch die hell erleuchtete Stadt zu schlendern. Und vielleicht kommt meine Frau dann ja sogar mit. Zu zweit macht es noch mehr Spaß.